9,5 Prozent. Das erste Mal seit sieben Jahren sind die Grünen wieder einstellig in der aktuellen Umfrage. Wir gucken es uns gemeinsam an. Und ist das ein Grund zum Feiern oder zum Weinen? Denn ich bin doch eigentlich für Ricarda Lang als Ernährungsministerin. Moin zusammen, ich bin Olli für guten Content. Jetzt ein Abo dalassen. Wir gehen hier rein. Guckt euch das mal an. Ich lese gerade diese Zeile und denke mir, da machst du direkt mal ein Video zu und wir gucken uns mal an, wie es dazu eigentlich auch kommen konnte. Und wie sah auch die Wählerwanderung speziell in Brandenburg jetzt nach den Wahlen aus? Denn auf diese Zahl haben sehr, sehr viele von euch auch sehr lange gewartet. Die Grünen hatten ja einen regelrechten Höhenflug über die letzten Jahre. Dann sind sie in die Politik gekommen, also an die Macht gekommen, in die Position. Und die Leute haben gesehen, dass diese Kinderbuchmärchen doch nicht umsetzbar sind. Dass sie auch verdammt viel Geld kosten. Dass sie auch große Einschränkungen im Leben bedeuten. Und das möchten die Leute offensichtlich nicht. Und vor allem die jüngeren Leute nicht. Und wenn wir uns das Ganze hier angucken, sehen wir die offiziellen Zahlen hier dazu. Guckt euch das mal an. Grüne. 9,5 Prozent. Und die sind ja über die letzten Wochen hinweg sukzessive immer weiter abgefallen. Wir gucken uns das gleich im Verlauf auch nochmal genau an, weil das schon interessant ist. Und erschreckend ist eigentlich, dass sie immer noch 9,5 Prozent haben. Denn überlegt mal, die haben bei der Brandenburg-Wahl ja sage und schreibe 4,2 Prozent bekommen. Da fragt man sich allen Ernstes, was können solche Politiker alles machen und tun? Wie schlimm können sie mit einem Land und den Menschen, so habe ich es empfunden, umgehen? Und bekommen trotzdem noch über 4 Prozent der Stimmen. Das ist schon erschreckend. Und jetzt hier in dieser Umfrage 9,5 Prozent. Klar, endlich wieder einstellig. Andererseits, immer noch 9,5 Prozent ist die Kernwählerschaft. Der Grünen wirklich so resistent, ist sie finanziell so gut aufgestellt, dass sie Elektroauto fährt, dass sie sich die Wärmepumpe hat leisten können, dass sie sich die Haussanierung hat leisten können, dass sie Windräder in ihrem nahegelegenen Wald mögen und dass der Wald dort abgeholzt wird. Okay. Okay. Wenn man diese Sachen mag und Planwirtschaft bevorzugt, Denn mit normaler, richtiger, realistischer Politik hat das doch wirklich beim besten Willen gar nichts zu tun. Das muss man doch hier an der Stelle wirklich klipp und klar sagen. Oder wie seht ihr das? Das könnt ihr gerne mal in die Kommentare reinschreiben. So, und das Neueste, also die neueste Umfrage von gerade ist bei Wahlrecht.de noch nicht dabei. Aber wir sehen ja jetzt hier Grüne bei Infratest, die MAP. Guckt mal, wie die hier gefallen sind. Über die letzten zwei Jahre geht das jetzt hier runter bis zu unten, bevor ich scrolle. Von über 20 Prozent. Überlegt euch mal. Halbierung, 9,5 Prozent. Hier Höchstwert 23 Prozent. Fast ein Viertel der Menschen in Deutschland. Aber wisst ihr, Leute, und das ist doch das Schöne an Demokratie. Man hat doch die Möglichkeit, sich für so eine Partei oder gegen eine Partei zu stellen und auszusprechen. Und die Grünen hatten ihre Chance. Sie hatten ihre Chance. Sie sind hingegangen und haben ideal ihre Politik gemacht. Heizungsgesetz ist ja nur eines von vielen Beispielen. Bevormundung, Fleischsteuer und alles, was an der Tierwohl zähnt und so ein ganzer Schwachsinn. Wie man mit den Bauern umgegangen ist, etc. Ganz einfach. Worauf will ich hinaus? Wenn die AfD in Regierungsverantwortung kommt, vielleicht werden wir auch enttäuscht. Das wissen wir alle nicht. Und das wäre doch eigentlich eine gute Methode für die ganzen demokratischen Parteien. Dass sie hingehen und sagen, lass sie doch mal machen. Lass sie doch mal. Eine Wahlperiode. Oder mittendrin kann man sie immer noch versuchen, dann rauszuklagen und sonst was. Lass sie eine Wahlperiode machen. Und wenn dann alles wirklich so schlimm in diesem Land ist, dann kann man ja immer noch abwählen. Ganz einfach. So wie das mit den Grünen voraussichtlich nächstes Jahr passieren wird. Das ist es doch einfach. Nein, Leute. Es geht hier in eine ganz, ganz komische Richtung im Lande, wenn man sich das einfach mal überlegt. Jetzt aber hier 9,5 Prozent. Wir gucken uns natürlich auch noch die anderen Werte an. Die FDP ist hinüber. Die FDP ist durch. Die ist vollständig am Ende. Man kann es nicht anders sagen. Dass ein Christian Lindner, ich habe ein Video darüber gemacht, hier immer noch weiter an der Ampel festhält. Ihr ein Ultimatum, ein letztes Ultimatum gesetzt hat bis zum 21. Dezember. Er versucht also jetzt in den nächsten drei Monaten alles das, was in 33 Monaten zuvor nicht funktioniert hat, zu machen. Und ich wette, er kommt zu einem positiven Ergebnis. Das ist ja das Schlimme an der Sache, dass wir es jetzt schon wissen. Die AfD stark und wieder mit einer 2 davor bei 20 Prozent angekommen. Die Union verliert leicht mit 32 Prozent. Wir sehen die SPD mit 15,5 Prozent. Fragt man sich auch, warum ist die wieder gestiegen? Aus welchem Grund? Hat Olaf Scholz irgendwas gemacht von den Versprechungen und Ideen, die in den letzten Wochen und Monaten angekündigt wurden? Ist mir nichts bekannt. Die Linke ist im Nirwana verschwunden, 2,5 Prozent. Und das BSW würde tatsächlich halt einziehen in den Bundestag mit satten 10 Prozent. Sonstige, das ist halt auch wirklich, wird immer wieder vernachlässigt, wenn man auch andere Videos sowas anguckt. Das ist so wichtig, da noch mal drauf zu gucken. Sieben Prozent der Stimmen sagen, das gefällt mir alles nicht. Das ist alles Schrott und will ich alles nicht haben. Ich sehe bei den sonstigen, Werteunion vielleicht mit 0, irgendwas Prozent dabei. Wen gibt es sonst noch? Freie Wähler mit 2, 3 Prozent vielleicht mit dabei. Zack. Das ist schon krass. 7 Prozent der Leute, der Befragten natürlich, muss man dazu sagen. Aber es ist schon ganz interessant, das jetzt hier zu sehen. Besonders auch nach der Brandenburg-Wahl. Weil ich habe ja gesagt, wir gucken uns an, wo kommen denn die Wähler her? Speziell in Brandenburg. Wenn wir uns das angucken. Guckt mal, von der SPD sind ganz viele gegangen. Zur AfD und zum BSW. Und so viel zum Thema. Wieder eine Bestätigung. Genau wie in die Thüringen und in Sachsen. Und so viele haben es monatelang mir nicht geglaubt. Nein, Olli, von der AfD wird keiner weggehen und die BSW wählen. 16.000, Leute. 16.000. Ich habe es euch prophezeit. Und es war bei Thüringen-Wahl und bei der Sachsen-Wahl genauso. In Brandenburg gleich. So, und jetzt hier von der CDU und die Aufrufe von den ganzen Kandidaten hier, die großen Parteien, die SPD, unbedingt zu unterstützen und alles. Hat offensichtlich funktioniert. 13.000 sind von der CDU weggegangen zur SPD, um die AfD unter anderem zu verhindern. Aber 21.000 sind zur AfD gegangen. 14.000 wiederum zum BSW. Und guckt euch das mal an. Zu den Grünen ist keiner gegangen. Richtig. Alle sind weggegangen von den Grünen. 2.000 zu Nichtwählern. 3.000 zur AfD. 5.000 zur CDU. 5.000 zum BSW. Und sage und schreibe 47.000 zur SPD. Und damit hat die Grüne es selber für sich zu verantworten, dass sie nicht mehr im Landtag sitzt. Weil man die Brandmauer hoch und heilig gesprochen hat, dass man irgendwie verhindern muss, dass die AfD die stärkste Partei wird. Was ist die Folge daraus? Man zerstört die Partei einfach selbst. Was anderes ist nicht passiert hier. Überlegt euch das mal. Mit der Anzahl von Stimmen, lass es nur 40.000 gewesen sein, wären die garantiert drin gewesen. Wählerwanderung bei der Linken. Ebenfalls kein Zuspruch mehr für diese Partei. Alle weg zu BVB, also Freie Wähler, zur AfD, zur SPD und ganz viel natürlich zum BSW. Das ist ja das, was ich immer wieder sage. Die BSW ist nur eine linke Partei mit einem neuen Anstrich, mit einem neuen Namen. Und sonst ist das alles gleich. Wählerwanderung weiterhin. Von den Freien Wählern sind viele weggegangen zur SPD, zur AfD. Aber noch mehr zum BSW. Passt auch par excellence. Die BSW ist genauso wie die Freien Wähler eine sehr linke Partei. Sehe ich nicht anders. Also von daher ganz, ganz spannend zu sehen und bestätigt meine Wahrnehmung in zahlreichen Punkten. Ich bin gespannt, wie ihr es bewertet. Schreibt es gerne in die Kommentare. 9,5 Prozent. Grüne raus. Grüne aus den Parlamenten heißt es doch. Aber ich bin ja dagegen. Ich bin ja für die Grünen. Ihr wisst das ja. Bis zum nächsten Mal. Ciao.